Hallo und herzlich Willkommen bei meinem Buch Makramee einfach und kreativ. Mein Name ist Alexandra, ich bin die Autorin und ich möchte dir das Buch in diesem Video etwas näher vorstellen. Du findest in diesem Anleitungsbuch 22 kreative Makramee Projekte zum Selbermachen. Meine Projekte sind sowohl für Anfänger und Fortgeschrittene sehr gut geeignet. Das Buch gibt dir ein umfangreiches Know-how über Makramee, du lernst die zehn wichtigsten Knoten und hast eine Schritt-für-Schritt-Anleitung begleitet mit Bilderstrecken, um die Projekte perfekt nachzuknüpfen. Zusätzlich gibt es zu jedem Projekt ein QR-Code mit direktem Zugang zu meinen Videoanleitungen auf YouTube. Somit kannst du alles spielerisch umsetzen. Wir werden Untersetzer, Wandbehänger, Windlichter und vieles mehr quasi Hand in Hand miteinander knüpfen. Vielleicht kann ich dich ja im Endeffekt sogar dazu inspirieren, im Anschluss deiner eigenen Makramee-Projekte zu entwerfen. Ich freue mich, dass du Interesse hast und ich dich beim Erlernen der Technik und der Entwicklung deiner Kreativität unterstützen kann. Ich möchte dich auf eine Reise in die Welt des Makramee mitnehmen. Egal ob du Anfänger bist oder fortgeschritten. Lass uns gemeinsam einige meiner schönsten Projekte umsetzen. Lass dich inspirieren. Viel Freude damit! Alex von Kreativ